Hallo YouTube, ich bin Scourge und ich mag Transformers und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir was Nettes besorgt, nämlich aus der Transformers Generations Reihe War for Cybertron Teil 1 Siege das Fanboat-Paket. Bevor wir uns dieses Paket jetzt aber einmal im Detail ansehen, dachte ich mir ist es vielleicht mal eine gute Idee zurück zu blicken, denn diese Idee mit diesen Fanvote-Paketen, die ist noch relativ neu. Dem Fanvote von 2013 verdanken wir einmal die gute Windblade hier, Charakter der damals als sie vorgestellt worden ist relativ umstritten war, dann hat sie aber bei IDW ihre erste eigene Comic-Reihe bekommen und da hat sie viele Fans, mich eingeschlossen, sehr schnell überzeugt, gut geschrieben, gut gezeichnet und ich habe Windblade seitdem eigentlich als Charakter in den IDW Comics wirklich sehr lieb gewonnen. Sie bringt es auch zum Ende der Reihe auch zu einer gewissen Größe kann man sagen, mehr sage ich an der Stelle jetzt einmal nicht. Plus sie hat eine sehr interessante politische Rivalität mit Starscream und die beiden funktionieren einfach doch wirklich sehr gut. Mittlerweile hat sie auch einige TV-Auftritte hinter sich, zum einen ist sie natürlich als Nebencharakter in der Robots in Disguise-Reihe von 2015 vorgekommen, ab der zweiten Staffel meine ich, ja zweite Staffel und sie hatte dann einen Auftritt auch in der Prime Wars Trilogie, also der Combiner Wars, Titans Returns und Power of the Prime Serie, da war sie in allen drei Teilen dabei und ja aktuell ist sie auch bei Cyberverse dabei und hilft zum Beispiel Bumblebee in der ersten Staffel, seine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Man kann also quasi sagen, Windblade hat sich als weibliche Figur bei den Autobots quasi jetzt etabliert und es ist davon auszugehen, dass wir sie auch in vielen, vielen neuen Medien sehen werden. In der neuen IDW-Kontinuität, die dieses Jahr gestartet ist, ist sie auch schon als Charakter aufgetreten. Was konnte man damals bei diesem Fanvote quasi einmal entscheiden? Dazu muss ich einmal noch mein Skript nehmen, weil wir hatten doch einiges zur Auswahl. Was wir einmal bestimmen konnten, war die Fraktion, sie ist ein Autobot, den Alternativmodus, sie ist ein Jet, ihre Hauptwaffe, das Schwert, das Farbschema, rot-schwarz, ihre Persönlichkeit, tapfer, mutig und beherzt, ihr Name einmal, gutes Windblade, ihr Geschlecht, weiblich, ihre Herkunft, Kaon und ihre Fähigkeit, Telepathie, also dass man mit dem Geist kommunizieren kann. Davon wurde allerdings nicht alles wirklich eins zu eins umgesetzt. Das mit, dass sie aus Kaon kommt, passt jetzt zum Beispiel gar nicht, denn sie ist als ein Teammitglied eines Teams von Autobots oder weiblichen Transformers vorgestellt worden, das von der Kolonie Caminus kommt, die damals vom Transformers Prime Mitglied Solos Prime gegründet worden ist. Und ja, das mit der Telepathie, das hat man, denke ich mal, irgendwie so in der Form umgesetzt. Man hat ihr ja die Rolle eines City Speakers gegeben und das hat halt zu bedeuten, dass sie halt mit diesen riesigen Titans sprechen kann, wie zum Beispiel Metroplex oder Fortress Maximus einer ist. Und ja, dazu muss man sich halt mit dem Kabel verbinden, so ein bisschen wie in der Matrix. Und ja, dadurch hat man das, denke ich mal, quasi so ein bisschen, ein bisschen so umgesetzt halt. War aber auch eine relativ coole Lösung, wie ich finde, hat sie dann doch ein bisschen interessanter gemacht. Das mit ihr, fand ich, war damals eine ziemlich coole Idee. Diese Aktion hat Hasbro nämlich dann gestartet, als Transformers das 30-jährige Jubiläum gefeiert hat. Und coole Idee, die Fans halt da so mit einzubeziehen. Passend dazu hatten wir diese Figur ja dann auch dann in der damals laufenden Generations-Reihe, die Thrilling 30 als Untertitel hatte. Und da ist sie bei den 30 Anniversary Items, die damals veröffentlicht worden sind, auch passenderweise die 30 von 30. Das zweite Fanvote folgte dann 2015 und stand natürlich ganz klar im Zeichen von Combiner Wars, denn diesmal sollte nicht nur ein Charakter bestimmt werden, sondern direkt ein ganzes Combiner-Team. Und diesem Fanvote verdanken wir dann einmal... Boah! Schon nochmal größer. Gute Victorion. Na, bleibst du wohl stehen. Aha, also geht doch. Auch hier wieder, wir hatten einiges zur Auswahl, deswegen, das lese ich vielleicht einmal vom Skript ab. Wir hatten wieder einmal die Fraktion, dass sie zu den Autobots gehört. Torso und Waffe. Fahrzeug, Feuerwehrfahrzeug und Motorrad. Okay, Waffe, war jetzt relativ nicht dabei. Körperteil 1 und 2, die Helikopter. Körperteil 3 und 4, dann Sportwagen. Herkunft ist dann der Sea of Rust, beziehungsweise der Rostsee auf Deutsch. Das Farbschema, türkisrot-weiß. Die Fähigkeit, die Schwerkraftkontrolle. Das Geschlecht, auch wieder weiblich. Ihr Name, Victorion. Persönlichkeit, unabhängig. Und ihr Erzfeind, Galvatronus. Das mit dem Erzfeind Galvatronus könnt ihr an der Stelle einmal komplett vergessen. Das ist so nie wirklich passiert. Weder in den Comics, noch in der Combiner Wars TV-Serie, noch irgendwie anders. Man hat Galvatronus umgesetzt, aber auch nicht so wirklich, wie es halt in der Combiner Wars Spielzeugreihe war. Von daher lassen wir das an der Stelle einmal. Als Victorion vorgestellt worden ist, gab es einen relativ großen Aufschrei in der Community. Denn ihr Farbschema war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr Neon. In der Abstimmung hatte ich es ja vorhin quasi gesagt. Man konnte sich halt dieses Farbschema auswählen. Da war unter anderem auch noch Weiß dabei. Ja, Weiß, ja, das ist hier, denke ich mal, eher dem Silber geglichen. Das Türkis hat man in ein etwas matteres Grün verwandelt. Ich konnte mit dem Türkis eigentlich gut leben. Ich habe mal ein Custom gesehen dazu. Das sah extrem cool aus. Aber auch mit dieser Version bin ich an und für sich doch ganz glücklich. Keine Figur, die man jetzt unbedingt in der Sammlung braucht. Sie hatte aber in den IDW-Comics schon eine relativ große Rolle. Ich sagte ja speziell in der Reihe Optimus Prime. Von daher, wenn man sie in den Comics mag, sollte man sich doch überlegen, ob man sich Victorion eventuell doch für die Sammlung noch holt. Wenn wir mit dem Farbschema halt gar nichts anfangen, dann schaut man einfach mal rüber nach Japan. Vielleicht ist für den einen oder anderen ihr Repaint von Takara, Megatronia, wo sie zu einem Decepticon wird, vielleicht doch interessanter. Im nächsten Fanvote, was dann 2015 folgte, besser gesagt Ende 2015, sollten wir Fans dann quasi entscheiden, welchen Titan wir in Titans Return bekommen sollten. Da hatten wir insgesamt drei Stück zur Auswahl. Omega Supreme, Scorponok und Tripticon. Gewonnen hat, wie wir alle wissen, natürlich der gute... Boah, komm her, du möchtest gern Mechagodzilla. Der gute Tripticon. Boah, ich hoffe, das passt alles irgendwie so mit dem Bild. Auch wenn er nicht der Titan Master ist, sondern hier sein Brustauto. Tut mir leid, ich habe den Namen jetzt vergessen. Tut mir leid. Aber ja, das weiß jetzt, wie es ist. Tripticon hat gewonnen. Jetzt mögen einige natürlich sagen, es hätte natürlich eher Sinn gemacht, dass Scorponok gewinnen sollte, wegen der ganzen Headmaster-Geschichte und so weiter. Wir hatten ja auch schon Fortress Maximus zu diesem Zeitpunkt bekommen. Ich habe mich damals allerdings auch für Tripticon entschieden. Und ich denke einfach mal, das hatte damit zu tun, wir hatten in der Thrilling 30-Reihe bereits Metroplex bekommen. Er war ja der erste Titan, der jemals erschienen ist in dieser Größenklasse. Und da haben viele einfach gesagt, Mensch, ich habe jetzt schon so lange Metroplex. Ich bin mit Fortress Maximus nicht so ganz zufrieden. Ich möchte endlich einen Decepticon-Titan haben, der zu meinem Metroplex passt. Das war zum Beispiel auch die Intention, die ich dahinter hatte. Scorponoks gab es einige mehr schon, sei es offiziell als auch inoffiziell. Und ein Tripticon ist jetzt, sagen wir mal, etwas, was man zu diesem Zeitpunkt nicht allzu häufig gesehen hat in der Trilline. Plus, wir sind jetzt ein paar Jahre weiter. In War for Cybertron Siege ist Omega Supreme quasi schon entschieden. Und für nächstes Jahr ist quasi Scorponok auch schon angekündigt. Soll heißen, Hasbro hat sowieso felsenfest damit geplant, diese Titans alle rauszubringen. Aber doch an und für sich ganz schön, dass wir die Reihenfolge, in der sie erschienen sind, dann doch einmal mitbestimmen konnten. Im Jahreswechsel von 2016 auf 2017 gab es dann wieder eine Charakterauswahl. Wir sollten nämlich einmal als Fangemeinde den neuesten Herrscher von Cybertron bestimmen. Und auch da hatten wir wieder ein bisschen was zur Auswahl. Nämlich einmal drei Kategorien zuerst. Einmal Ehre, Ordnung und Chaos. Im Bereich Ehre gab es dann RC, Ultramagnus und Hound. In der Ehrengruppe konnte sich Ultramagnus durchsetzen. Bei Ordnung hatten wir Megatron, Starsaber und Shockwave. Hier konnte sich Starsaber durchsetzen. Und dann hatten wir noch die letzte große Gruppe, nämlich das Chaos mit Thunderwing, Optimus Primal und ein unbekanntes Böse. Aber das konnte man anhand der Silhouette quasi schon so erkennen. Das sollte Deathsaurus darstellen, wie er halt damals in den AEW Comics dann aufgetreten ist. Hier haben sich dann quasi einmal die Beast Wars Fans durchgesetzt. Was zur Folge hatte, dass Optimus Primal dann Herrscher von Cybertron werden sollte. Und in der Power of the Primes Reihe ein neues Spielzeug spendiert bekommen hat. Prinzipiell kann man an der Stelle sagen, er hat eigentlich sogar zwei Figuren bekommen. Denn die Liederklasse Figuren haben ja dieses quasi Toy-Gimmick. Dieses Evolution-Gimmick. Quasi das aus Hot Rod zum Beispiel Rodimus Prime und aus Orion Pax Optimus Prime. Das haben wir hier mit Optimus Primal auch. Wir haben nämlich einmal seine Grundform mit einem Fahrzeugmodus, die quasi seinen Körper aus der ersten Staffel darstellen soll. Und dann halt zum Schluss halt seine Optimal Form, nachdem er den Spark von Optimus Prime im Cartoon aufgenommen hat. Ich mag diese Figur wirklich sehr. Ich bin auch froh, dass eine Beast Wars Figur gewonnen hat. Weil das ist ein ganz klares Signal an Hasbro. Macht endlich mal wieder was mit Beast Wars. Das ganze Thema ist nämlich in den letzten Jahren doch wirklich sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden. Es gab zwar zum 10. Geburtstag von Beast Wars halt eine kleine Reihe, aber die anderen Jubiläen, die sind quasi, ja, sang- und klanglos an uns vorbeigezogen. Was Beast Wars Fans doch ein bisschen verärgert hat. Plus ein paar Kommentare da von einigen Designern von Hasbro. Aber anderes Thema. Nichtsdestotrotz, ich fand ehrlich gesagt, das war das bescheuertste Voting, was wir bis jetzt überhaupt hatten. Die Charakterauswahl machte für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und im Endeffekt hat man mit diesem Voting auch irgendwie gar nichts erreicht, gemacht. Außer, dass wir halt Optimus Primal halt hier bekommen haben. Das hatte weder einen Einfluss halt auf die damals laufende IDW-Kontinuität. Eine kleinere Rolle hat es dann halt in diesem Power of the Primes Cartoon gespielt. Da ist Optimus Primal dann quasi nachher zum Nachfolger von Optimus Prime geworden. Und hat die Matrix halt in sich aufgenommen. Übrigens gesprochen an der Stelle von Ron Perlman. Coole Wahl. Stimme passt an für sich. Ich muss aber zugeben, ein bisschen verärgert war ich doch, dass man da nicht auf Gary Chalk, also dem Originalsprecher von Optimus Primal, aus der Beast Wars Serie zugegangen ist. Sei es jetzt wie es ist. Aber trotzdem insgesamt nochmal auf das Fanvote. Und das bescheuertste bis jetzt überhaupt. Keine Ahnung. 2018 hatten wir dann gleich zwei Fanvotes. Das erste Fanvote bezog sich dann einmal auf die kommende War for Cybertron Trilogie. Genauer gesagt Teil 1 davon Siege. Wir sollten uns nämlich ein Pairing oder ein Paar halt aussuchen, die dann halt in einem Doppelpack veröffentlicht werden sollten. Da gab es einmal das Paar Saboteur gegen Wissenschaftler, nämlich Spinister gegen Wheeljack. Einmal Bruder gegen Bruder. Needlenose gegen Trax. Und einmal Mirage gegen den Söldner, was dann halt zum Team Mirage gegen Impactor führte. Durchgesetzt haben sich hier natürlich dann einmal Mirage und Impactor. Persönlich glaube ich, dass die beiden sich durchgesetzt haben, weil es seitens Hasbros und Takaras bis jetzt nie eine eigene Impactor-Figur gab. Das waren halt immer nur Repaints. Und ja, viele mögen Impactor halt als Anführer der Wreckers. Und ja, die viele haben einfach gemeint, jetzt ist die Zeit reif. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, wir möchten jetzt, dass dieser Charakter, der über so lange Zeit hinweg schon im Franchise dabei ist und noch nie eine Figur hatte, dass der endlich mal eine Figur bekommt. Persönlich muss ich sagen, mir war es relativ gleich, wer das gewinnt. Ich fand die Pairings alle ganz gut. Persönlich hätte ich mich wahrscheinlich aber doch eher für Needlenose und Trax entschieden, weil ich diese Bruder gegen Bruder Dynamik an für sich ganz cool fand. Die kam auch ganz kurz in den letzten IDW-Comics vor. Und ja, aber wie gesagt, es ist jetzt kein Verlust, wie ich finde, dass jetzt diese Auswahl, die ich getroffen hätte, halt nicht gewonnen hat. Wir haben bei dem Fanvote, finde ich, haben wir eigentlich alle irgendwie gewonnen. Das zweite Fanvote, was wir dann 2018 noch bekommen haben, bezog sich einmal auf die aktuell in den USA laufende Vintage-Reihe für Transformers. Das ist diese Reihe, die auch als Walmart-Exclusive-Reissue-Reihe bekannt ist. Also quasi Neuauflagen von Generation-One-Charakteren. Das ist allerdings ein separates Thema. Das lasse ich hier jetzt an der Stelle einmal komplett raus. Da gibt es nämlich später von mir noch ein eigenes Video zu. 2019 hatten wir dann wieder zwei Fanvotes. Und eines davon war auch wieder eins für diese Vintage-Reihe. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, separates Video, separates Thema. Lassen wir hier einmal jetzt komplett außen vor. Das zweite Voting, was wir dann 2019 halt hatten, bezog sich dann auf den zweiten Teil der War for Cybertron-Trilogie, damals noch ohne Titel. Mittlerweile wissen wir es, der Titel für diese Reihe lautet Earthrise. Und da hatten wir folgende Charaktere zur Auswahl. Gnor, Runamuck, Needlenose und Shrapnel. Gewonnen hat hier einmal der gute Runamuck. Wobei er ist eigentlich ja ein Böse, also ein Decepticon. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass Runabout nicht allzu weit hinterher sein sollte. Repaints und so weiter, wir kennen es. Ich sage nur Rainmakers in Siege. Meine Wahl fiel hier zum Beispiel auch ganz klar auf Runamuck. Weil Runamuck und Runabout sind zwei Charaktere aus der dritten Staffel vom Original-Cartoon. Die fehlen mir in meinem Regal einfach noch. Es gab mal welche vom Collector's Club, aber das waren jetzt auch nur Remotes, Repaints von Trax bzw. Wheeljack. Sehen zwar an für sich ganz gut aus, aber ich hätte dann doch lieber was Eigenes. Und dann gab es noch diese kleineren von Takara. Fand ich jetzt in Ordnung, aber ich hätte sie schon lieber gerne im Deluxe-Bereich. Die anderen Charaktere, die wir da hatten, ja, da hatten wir Shrapnel als einer von den Insecticons. Die Insecticons haben wir jetzt erst vor einigen Toylines halt vollständig bekommen. Und im Legends-Bereich, finde ich, passen die auch ganz gut als Insekten. Ja, Gnor hatten wir auch in Titans Return. Der ist auch an für sich ganz cool. Im Deluxe-Bereich, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt so wieder brauche. So zeitnah nach der Titans Return-Variante. Und ja, Needlenose, hm, hätte ich mich auch drüber gefreut, aber wie gesagt, an der Stelle habe ich mich halt doch einmal dann für das Decepticon-Auto entschieden. Runabout, weil ich auch natürlich genau wusste, dass Runamuck, jetzt glaube ich, jetzt habe ich sie, glaube ich, durcheinander geworfen, aber ist ja auch egal. Ihr wisst, ich habe mich für den Weißen entschieden, weil ich dann genau wusste, alles klar, dann kommt der Schwarze halt auch. Schauen wir uns das jetzt aber noch einmal so kurz im Detail an. Wir haben erstmal eine komplette eigene Figur erstellt, dann ein komplett eigenes Combiner-Team, weil es halt so Combiner Wars war. Dann konnten wir den nächsten Titan mitbestimmen, dann den nächsten Herrscher von Cybertron, was jetzt wirklich keine Auswahl groß wirklich war oder irgendwelche Auswirkungen hatte. Dann konnten wir ein Doppelpack bestimmen, was ein bisschen fragwürdig ist, aber da kommen wir gleich noch zu. Und zuletzt konnten wir dann einen Decepticon für Earthrise bestimmen. Einen Decepticon bestimmen, okay. Also was Kreativität angeht und Auswahlmöglichkeiten, ja, da geht die Kurve natürlich ganz klar nach unten. Plus diese Fanvotes haben, zumindest was mich angeht, so einen leichten, ja, negativen Beigeschmack. Beispiel an der Stelle einmal nochmal der gute Needle Nose. Ähm, ja, und auch der gute Spinister. Die waren jetzt beide in zwei Abstimmungen vertreten. Ähm, Spinister sollte ja, war jetzt zum Beispiel eine Auswahl ja gegen Wheeljack. Und, ähm, ja, er hat nicht gewonnen. Trotzdem bekommen wir in Siege beispielsweise eine Figur von ihm. Und auch wenn für Wheeljack keine Figur in Siege vorgesehen war, ähm, bekommen wir einen in Earthrise. Und daher, ja, was ist das denn eigentlich für eine Wahl sozusagen, wenn die Figuren, die zur Auswahl stehen, im Endeffekt dann doch kommen. Das ist alles so ein bisschen, äh. Und wer jetzt ganz böse sein will, der kann natürlich auch sagen, dass die beiden Leader aus Siege, nämlich Ultra Magnus und Shockwave, quasi auch schon in den Startlöchern standen, als man den Herrscher von Cybertron bestimmen konnte. Und man dieses Evolution-Gimmick dann quasi nur ein bisschen abgeändert hat, damit es halt in dieses Rüstungs-Combat-System halt so War for Cybertron Siege passt. Und Hasbro, ganz ehrlich, wenn ihr Needle Nose machen wollt, dann macht ihn doch einfach. So, jetzt aber genug in die Vergangenheit zurückgeblickt. Jetzt schauen wir uns das Set hier einmal an. Ist halt wie gesagt das Fan-Vote-Paket für War for Cybertron Siege und bei Ihnen halt einmal, muss ich nur mal gucken, ist ja alles spiegelverkehrt und ich sehe nur hier die Rückseite. Wir haben einmal dabei Holo Mirage, Powerdash Aragon und Decepticon Impactor. Jetzt fragen sich einige von euch natürlich, Powerdash Aragon, was ist ein Aragon? Kann man das essen? Habe ich noch nie was von gehört. Das Wort Powerdash sagt dem einen oder anderen von euch vielleicht noch was. Gehen wir aber später nochmal drauf ein. Jedenfalls finde ich das von der Packung hier ehrlich gesagt ganz cool. Ist halt, ja, die beiden stehen sich quasi im Kampf gegenüber und der gute Aragon ist einmal in seine Einzelteile zerlegt. Er ist nämlich ein Repaint bzw. Remult, also er hat zumindest einen neuen Kopf von Korg aus der Siege-Reihe und er ist halt ein Weaponizer und ja, die haben halt dieses Gimmick, dass sie sich alle in ihre Einzelteile verwandeln können oder zerlegt werden können und jedes Einzelteil an so einer Art Waffe darstellen soll. Und ja, sowohl Mirage als auch Impactor sind beide bewaffnet und das sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Jetzt werden wir sie aber mal aus der Box befreien. So, und hier haben wir die drei quasi einmal befreit aus ihrem Plastik- und Pappe-Gefängnis und ich habe dazu direkt schon mal die regulären Versionen von Mirage und Impactor dazu gestellt und einmal natürlich die Vorgänger-Version von Aragon, einmal den guten Korg. Schauen wir uns Holo Mirage direkt einmal als allererstes an. Hauptsächlich alles halt im durchsichtigem Plastik gehalten mit ein paar Gelenken, die halt in diesem, ja, Allspark Blue, Baby Blau, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, Plastik gehalten sind. Geht bei solchen Figuren leider nicht anders, weil wenn diese Teile, die sich halt wirklich sehr, ja, wirklich mit sehr viel Reibung bewegen, die halt für die Verwandlung nötig sind, wenn die auch noch aus transparentem Plastik wären, ja, dann habt ihr irgendwann ganz viele Mirages, ganz viele kleine. Naja. Okay, einmal hier dann der Vergleich zur regulären Version. Die Unterschiede sind, ja, ihr seht sie eigentlich schon, die ganzen Unterschiede. Es ist die gleiche Bewaffnung, die Teile sind an und für sich alle gleich. Ich bin überrascht, das Plastik fühlt sich doch ein bisschen hochwertiger an, als ich dachte, aber natürlich ist es so, transparentes Plastik fühlt sich nie so hochwertig an wie halt solides Plastik. Nichtsdestotrotz, ich bin positiv überrascht, im Fahrzeugmodus, ja, sind die Unterschiede auf das Plastik halt zurückzuführen. Letzter großer Unterschied, oder in dem Sinne eigentlich der einzige Unterschied, die reguläre Version von Mirage hat einen Kopf, der halt dem Animationsmodell nachempfunden ist, während diese Version hier, die Holo Mirage Version, halt einen Kopf hat, der mehr an das Original Spielzeug erinnert. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, warum man sich dafür entschieden hat. Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sich die Form von Mirages Kopf ändert, wenn er unsichtbar wird. Okay. Ansonsten finde ich den Namen Holo Mirage ein bisschen, nicht verwirrend, aber ein bisschen unpassend gewählt, weil Mirage ist ja eigentlich der Autobot, der sich unsichtbar machen kann. Und bei Holo denke ich in erster Linie eher an Hologramm. Und Hologramm, das war doch Hound, oder? Das heißt, wie es ist. Nehmen wir uns einmal hier den Genossen in der Mitte. Nehmen wir den guten Aragon. Wir machen es lieber so. Halt, neu. Ja, was ist hier groß anders? Auch hier wieder natürlich ja die Farben. Und Aragon hat man einen neuen Kopf spendiert. Ein Kopf, den ich ziemlich cool finde, dass der ziemlich genial aussieht. Der erinnert mich eigentlich weniger an Transformers als an GoBot. Und ja, also ich mag die Weaponizer. Ich habe Cork, Brunt und Sixgun. Die habe ich mir jeweils zweimal geholt, einfach damit ich die halt immer wieder auseinandernehmen kann. Und jetzt habe ich hier quasi mit Aragon nochmal einen Weaponizer, der auch noch einen eigenen Charakter darstellt. Coole Sache, wie ich finde. Und ansonsten finde ich es immer cool, wenn Hasbro in die obskure Kiste greift und sich so einen wirklich alten, obskuren Charakter, oder eine alte, obskure Figur in dem Fall, von Charakter kann man hier ja nicht wirklich sprechen, wie halt einen von den Powerdashers nimmt und sagt, ja, wir haben ja diese eine Figur, wir setzen dieses Konzept jetzt einfach mal auf diese Figur um. Passt, wie ich finde, eigentlich ziemlich gut zum 35-jährigen Jubiläum von Transformers, dass man nochmal wirklich an den Anfang des Franchise zurückkehrt. Die letzten beiden aus dem Set, oder der letzte aus diesem Set, und ich habe jetzt hier beide Versionen halt in der Hand besser gesagt, ist einmal Decepticon Impactor und sein reguläres Autobot-Gegenstück. Und jetzt mal ganz ehrlich kurz die Frage, wann war Impactor eigentlich jemals ein Decepticon? Könnte ich mir persönlich halt nur so erklären, in der letzten IDW-Kontinuität war der gute Impactor mit Megatron ziemlich gut befreundet. Die beiden waren nämlich beide Minenarbeiter. Und man hat da zum Beispiel auch eine Stelle gesehen, in den Comics da saßen die beiden in einer Bar und Megatron hat zu diesem Zeitpunkt bereits angefangen, politisch aktiv zu werden, halt seine Pamphlete zu schreiben. Ja, und Impactor ist wenig politisch begeistert, hat die dann aber dann halt doch immer so, ja, sag mal Probe gelesen. Jetzt könnte man es sich natürlich so erklären, dass Impactor zu Anfang des Krieges halt noch auf Seiten seines alten Kumpels halt stand und dann halt irgendwann im Laufe des Krieges gesehen hat, mein Gott, das hat überhaupt nichts mehr mit den Idealen zu tun, die wir am Anfang verfolgt haben. Ich kämpfe jetzt auf der Seite der Autobots, ich laufe jetzt über. Gab es mit Grimlock ja auch. Es gab einige Geschichten, wo Grimlock teilweise zum Anfang auf der Seite der Decepticons stand oder zwischenzeitlich übergelaufen ist. Warum soll es nicht mit Impactor gewesen sein? Unterschiede zwischen den beiden Versionen? Ja, natürlich einmal Autobot, Decepticon-Logo. Dieser Impactor hier hat einen Kopf, der mehr an sein Porträt aus der letzten IDW-Kontinuität erinnert, während das der regulären Version eher an die alten Marvel-Comics erinnert. Und im Groben und Ganzen war es das an Unterschieden auch schon. Der hier hat jetzt noch die, ja, Sicherheitsstreifen in Schwarz-Gelb halt verstärkt am Körper und, ja, der neue Kopf. Von den Farbdetails sind hier welche anders. Man sieht es, denke ich, mal hier oben. Die Kanone ist anders bemalt. Er hat hier auf den Knien rot, er hat es hier gelb. Ein paar silberne Details sind auf der Brust von Impactor hier noch mehr. Aber im Großen und Ganzen, ja, war es das eigentlich. Also jetzt nicht so sonderlich spektakuläre Unterschiede. Der Battle-Damage hier an der Seite sehe ich jetzt so gerade. Der ist ein bisschen ausgeprägter als hier. Ja, das restliche Farbbudget. Wahrscheinlich hier für das Silber in der Brust draufgegangen. Kommen wir einmal so zum Fazit. Ja, lohnt sich das Set denn jetzt wirklich? Wenn ihr den Power-Dasher wollt, alleine, lautet die Antwort natürlich erst einmal ganz klar Nein, weil dann habt ihr diese beiden Figuren, die müsstet ihr erst abstoßen. Wenn ihr noch keine Version von Impactor habt oder euch die reguläre Version nicht gefällt, dann ist der hier natürlich eine coole Alternative. Das Decepticon-Logo, was hier auf der Brust ist, das habe ich so in einem der Custom-Themen bei TFW schon gesehen, das kann man relativ einfach entfernen. Ich meine, das geht, glaube ich, sogar mit einem Radiergummi. Bin mir aber an der Stelle nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, der Holo Mirage. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Figur für jeden. Ich muss sagen, ich finde ihn ganz cool. Das ist so ein Blick auf die Geschichte der Transformers Fan-Conventions, würde ich mal sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Botcon Mirage in diesem Blau-Ton hole. Jetzt habe ich zumindest eine Version von Mirage in diesem Ton. Das erinnert mich jetzt quasi halt immer an diesen Teil der Transformers-Geschichte. Ja, ist ganz okay. Aber ist, wie gesagt, nicht für jeden was. Ein bisschen fragwürdig, finde ich auch. Wir haben ja eigentlich nur für diese beiden gestimmt. Und jetzt ist aus dem Doppelset, für das wir gestimmt haben, jetzt doch ein Dreierset geworden. Ist insofern jetzt nicht schlimm, aber ich finde es halt doch ein bisschen, was heißt fragwürdig, aber das lässt dann die Abstimmung, finde ich, im Nachgang doch in einem etwas komischen Licht erscheinen, meiner Meinung nach. Und im Endeffekt war es auch ein bisschen komisch, als wir dann halt die Ankündigung bekommen haben, dass es einen regulären Impact und einen regulären Mirage in der Reihe geben wird, was diese beiden hier quasi dann nur zu Special Editions von diesen beiden halt degradiert, sag ich jetzt einfach mal. Und das einzige wirkliche Neue an diesem Set ist quasi Aragon als ein neuer Charakter, sag ich jetzt einfach mal, weil den Mold, den habt ihr schon quasi in Welle 1 als Kork bekommen. Also ich mag das Set persönlich, deswegen habe ich es mir ja auch geholt. Ich wollte halt den Powerdash haben, ich wollte diese Version von Impacto haben mit dem IDW-inspirierten Kopf. Generell ist der Mold echt cool, deswegen habe ich kein Problem damit, dass ich den jetzt zweimal habe. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die beiden dann in die Regale stellen werde, aber vielleicht lasse ich den auch einfach auf dem Schreibtisch stehen und kann ihn immer wieder hin und her verwandeln. Ja, dieser blaue Mirage, wie gesagt, coole Hommage an eine Botconfigur, die ich nie vorgehabt habe mir zu holen. Jetzt habe ich davon ein. Ja, gibt Schlimmeres. Ich habe Figuren schon aus weit fragwürdigeren Gründen gekauft. In diesem Sinne, ja, was ich jetzt hier so zusammenfasse dazu, ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich hier und da. Letzten Endes liegt die Entscheidung, ob ihr euch das Set natürlich holen wollt, ganz klar bei euch. Ich kann hier nur meine Eindrücke dazu wiedergeben. Und es ist ein cooles Set. Es macht Spaß, wenn ihr, wie gesagt, diese beiden haben wollt. Ihr könnt vielleicht den blauen abstoßen. Man weiß es nicht. Fragt einfach mal ein paar Freunde. Fragt in der Transformers-Ferngruppe nach, ob vielleicht der ein oder andere euch um einen Teil des Sets, was nicht für euch Interessantes, ablösen möchte. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Infovideo gefallen. Weitere Folgen, wir reden nämlich noch mal so ein bisschen mehr über die Powerdäscher im nächsten Video. Das hier war jetzt einmal das Set für 2019. Wie gesagt, für 2020 ist noch nicht angekündigt, ob es ein weiteres Fanvote geben wird. Das dürften wir sehr wahrscheinlich dann Anfang des Jahres, so Februar, März, erfahren, wenn dann in den USA die Spielwarenmesse ist und auch für was wir dann abstimmen dürfen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe im Moment so gar keine Idee, über was man uns abstimmen lassen könnte. Liegt wie gesagt halt daran, dass ich finde, dass die Kreativität bei diesen Fanvotes in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir halt wieder einen Pool von Charakteren bekommen, für die wir uns dann halt entscheiden können, welchen daraus wir dann haben wollen. naja, wird sich zeigen, vielleicht überrascht Hasbro uns aber auch und sagt, ja, wir machen das ein bisschen größer, wir ziehen das ein bisschen größer auf, thematisch, wird sich zeigen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr da so für Ideen habt. Ansonsten, ich bin Scourge, ich mag Transformers, ich mag das Fanvote-Paket hier recht gerne, ich finde es ziemlich cool, ist jetzt Teil meiner Sammlung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!